moin moin leute was geht ab hier ist wieder euer specs und ich freue mich dass ihr wieder mit am start seid zu einem weiteren gameplay hier auf meinem kanal und zwar spielen wir in diesem falle modern strike online hier auf android in dem sinne auf meinem samsung s8 plus und zwar spielen jetzt hier den spielmodi deathmatch ist wie unten drunter hier auch zu sehen ist alle gegen alle und da springen auch gleich mal rein ich habe dieses spiel euch bisher nur vorgestellt ein einziges mal und dann auch nur ich glaube ein oder zwei runden gezockt und jetzt habe ich letztens in meinen kommentaren wieder ein paar comics gehabt wo drin stand du spiel doch mal wieder modern strike online und ich habe mir gedacht naja warum eigentlich auch nicht ich war zum ganz auf boom flash lange zeit was das gaming auf dem smartphone angeht den haben wir und ja aber irgendwann wurde ein bisschen langweilig oh mein gott schnell spritzen ja dann habe ich mir gedacht da kommt das doch eigentlich ganz gelegen hier mit ganz offen mit modern strike online auch ich muss mich auch konzentrieren was geht ab das war auf jeden fall ein mächtiges lag denn ich hätte ihn so zum hat proben gebracht aber was soll's wir lassen uns nicht ermutigen hier ist sowieso fälliges chaos immer an alle gegen alle also im modus deathmatch modern strike vor allen dingen was ich aber wängeln muss die spawns sind oft übelst kacke in diesem modus das muss man ja echt sagen so hart dahinten geht es aber auch schon richtig ab ich renne hier direkt mal rüber ja links oben ist auch einer hier ist doch einer boom in deinen kopf wirft einen mit granaten rum nein lass mich in ruhe geht das auf die distanz noch oder zwei davon sag mal kannst du jetzt mal aufhören schießt du mal auf deine kollegen die da direkt bei dir sind ach mir reicht es jetzt ich renne jetzt rüber oder kommt hier jemand hier schritte naja egal ich laufe jetzt einfach mal schnell über vielleicht ist da ja noch was zu holen das hätte ich eigentlich gleich mal tun sollen hier anstatt hier die volle reichweite meiner waffe auszuschätzen auszuschöpfen und versuchen so weg zu ballern aber gut einen konnten wir wenigstens noch mitnehmen steht es eigentlich oh dritter das sollten die aber auch noch mal irgendwie besser machen dass man mit einem knopf druck nur kurz darauf drückt und die statistik dann auch gleich wieder weg geht so ist es immer sehr sehr schwer und unvorteilhaft während des spiels um seine statistik zu achten ja wo von hinten verdammt aber jetzt bin ich auch erster 6 und 29 so gleich wieder rein da wir haben noch knapp zweieinhalb minuten freunde da war doch was irgendwo da das war meiner wie nice war das denn ich habe gesagt er wurde von jemand anderem umgebracht so wo sind jetzt die gegner ist wir haben noch zwei minuten wenn das ihr müsst euch noch ein wenig opfern und um zu rennen dann muss man den linken virtuellen stick so gesehen so derbe hochreißen du messer es mich nicht oder was auch immer der typ da hatte auf jeden fall nervt das ein bisschen dass man immer den den stick so weit hoch ziehen muss damit er überhaupt rennt das geht in ganz soft boom besser muss ich ehrlich sagen wow da hat jemand eine ordentliche shotgun ich höre das hier durchs gebäude durch wo der hat eine heftige waffe eigentlich nicht so der glaube ich nur eine uzi das ist jetzt nicht so die überkrasseste aber er hat sie achtmal verbessert ich zum beispiel habe meine akm die ich habe sechsmal verbessert aber meine akm ist glaube ich trotzdem besser als seine uzi die er hat wenn ich rechtzeitig getroffen hätte und da wird drin geballert wie wir weg ist er oh fuck was machst du junge doppeltötung bloß raus hier das ist mir jetzt hier echt zu eng oder hinten war doch noch was dahinter ist oder nein auch von der seite aber gut wir sind immer noch erst da 10 zu 450 sekunden ein bisschen glück können wir noch die pole position in dem frei gegen alle gegen alle modus hier oder frei für alle oder das match wie auch immer man das nennen möchte kann ich noch platz eins erreichen ich muss mich nur kurz ein bisschen konzentrieren freunde dann wird das vielleicht auch noch was geil den haben wir mitgenommen beziehungsweise abgestaubt schon fast war da nicht noch was auf der karte gerade direkt hier irgendwo komisch kämpft da hinten der typ immer noch ja da kämpft da immer noch aber ich hab jetzt irgendwie auch keinen bock drauf der hat nämlich glaube ich schon in meine richtung gezielt der affe oh ja dich nehme ich mit du kamst mir gerade gelegen kopfschuss und da hinten ist noch einer kommen wir nehmen auch noch mit letzte vier sekunden lauf vor ist nein er ist tot da ist einer doppeltötung noch was geht ab alter ich bin noch runter gegangen in die hocke und er hat mir trotzdem noch in den schädel geschossen sogar mit seiner snipe aber jetzt gucken wir mal hoffentlich hat es jetzt noch für den ersten platz gereicht das wäre ja zu geil blablabla ich kann das kleine hau nicht überspringen da fasst du noch mal zusammen was ich alles so erreicht habe und bekomme aus dieser runde und nice ich bin erster 13 zu 5 lässt sich glaube ich auf jeden fall sehen war ein schönes ründchen und deswegen würde ich sagen hängen gleich noch mal eine runde dran wir sehen uns gleich in der nächsten runde bis gleich hier sind wir jetzt auch schon in der nächsten runde drücken die daumen dass diese genauso nice wird wie die letzte aber ich bin da eigentlich froh mut ist da komm her lauf nicht weg das war zu früh nachgeladen alter das war knapp und schnell noch mal eine spritze setzen hier aber meine rüstung ist jetzt dafür futsch zumindest für dieses leben bis ich das nächste mal sterbe so ich trau mich kurz einmal nachladen viele mitspieler haben wir okay auf jeden fall genügend na komm komm ja das war nicht nett aber schnell spritzen und checken wer hier auf mich geschossen hat oder war das die granate ich weiß es gar nicht nur okay er hat sich dann die letzte ecke reingehängt oder rein gehangen versteckt wie auch immer schön im schatten aber der platz ist nicht schlecht das muss man ihm erlassen wird schon wieder jemand granaten ja granaten habe ich ja auch aber ich finde persönlich ehrlich gesagt er ziemlich scheiße oder kommt einer von hinten wo ist er ja nachladen nicht so gut mein freund nicht so gut ich habe es genau gehört und dann richtig schön ausgenutzt und das ist auch eine fiese ecke hier da kommt auch eine nice oh fuck da kommt jetzt noch einer und nee der ist tot okay wahrscheinlich weggesnipert aber ich wage es jetzt einfach mal hier rein zu rennen nein noch mal eine spritze gegeben oh knappe scheiße fuck ich hätte mir das auch bewahren sollen mit der spritze jetzt habe ich hier nämlich ein countdown also ein cooldown besser gesagt von 13 sekunden noch boah knapp zehn sekunden dann kann ich mich nochmal regenerieren ich weiß gar nicht wo ich mich jetzt verstecken soll ich bleibe jetzt einfach hier in der ecke ich höre schritte komm ich muss mir aber noch schnell eine spritze geben und ich habe auch gleich keine munition mehr sehe ich gerade so das hat auch noch wenigstens funktioniert aber dann muss ich das gleich mal zusehen dass ich am besten eine waffe von einem gefallenen gegner hier aufhebe boah skater krass mit der shotgun die hat er vierfach verbessert hat er mir erstmal richtig ja hat er mich rasiert in dem sinne so wie steht es jetzt eigentlich erster 9 zu 2 nice na komm boah den haben wir boah dazwischen schon die schüsse aber ich glaube die sind nicht für mich bestimmt gewesen ja hier wird wieder rumgecamt wahrscheinlich ne ich sehe das schon kommen aber ich wage es und renne hier rein ja nice nice nicht nice alter diese granaten ne da habt ihr zum beispiel gesehen er war jetzt ich habe ich oh fuck okay den habe ich nicht schnell genug gesehen aber er war eigentlich direkt neben der granate aber er trotzdem nicht so wirklich viel schaden genommen was sehr schade ist aber was soll es ich lasse mich hier mutigen ich bin immer noch erster aber sowas von ich glaube das war das 13 zu 2 wenn ich das richtig gesehen habe du kleiner dreckiger camper du jetzt habe ich ihn endlich weg geholt mit seiner scheiß shotgun boah hier schritte und rechts war glaube ich was außen zu sehen nein das war dumm ich bin hängen geblieben ich bin original hängen geblieben ich wollte da runter laufen und bin dann von diesem brett abgerutscht das war überhaupt nicht gut so hinter mir geht das ab sehe ich schon auf der karte ja da ist das schon was kommt zu papa was das wäre doch locker meiner gewesen was sollen das ja kopfschuss mein freund so schnell kann das laufen oder auch nicht mehr laufen so wo ist hier der nächste wo ist der nächste der sterben möchte da ja nice na kommt ich habe noch ein paar kugeln für einen von euch sollte es doch eventuell noch reichen wow oh fuck von hinten ich bin tot ich bin tot ok ja jetzt lasse ich ein bisschen nach mit der kd aber das ist hier im meckern auf hohem niveau 16 zu 5 ich bin immer noch erster da kann man sich eigentlich nicht beschweren rechts ist gleich einer komm zwei sogar komm das ist schon mal meiner dann gebe ich mir eine spritze dann lade ich nach so und dann gucken wir mal was du hier oben veranstaltest vielleicht sitzt hier noch na ich glaube nicht dass er genau nicht dass er da drin ist aber egal ich gehe jetzt hier einfach mal weg ich kann mich hier auf wichtige dinge konzentrieren als irgend so ein typ auf dem balkon zum beispiel auf ihn hier der mich überhaupt nicht mehr wahrnimmt während ich in dem vorbei renne so ich denke mal das wären wir noch gewinnt das so gründchen noch knapp 30 sekunden ich durfte eigentlich immer noch erster sein gebe mein bestes hier meine führung weiterhin auszubauen wow was von der seite hat mich noch einer mit weg gehauen oh mann oh mann ja hilfe bei der tötung der hat mich nämlich auch weg gehauen aber gut wir sind immer noch sehr gut erst auf jeden fall noch knapp 10 sekunden ach wollen mir gar keine sorgen machen kein stress ist hier oben irgendwas keine ahnung auf gut glück nochmal eine hinpfeffern ne hat leider nicht gesessen aber komm einer geht noch schade ist die runde vorbei einen wollte ich noch wegballern wow von hinten von dem lasse ich mich nicht töten aber sehr nice auf jeden fall schauen wir gleich nochmal die endstatistik an das wären da zwei richtig freshe runden gewesen würde ich sagen hat es hier mal richtig gelohnt das spiel wieder anzuwerfen also sowieso ich bin jetzt wieder ganz schön geflasht wie am anfang des videos erwähnt aber das hat sich richtig gelohnt das gameplay hier nice dann würde ich sagen belassen wir es dabei jetzt habe ich zwei richtig schöne alle gegen alle oder wie es hier heißt deathmatch runden gespielt und ich denke mal ein ganz schönes gameplay auf jeden fall für euch fertig gemacht und wenn ihr bock auf mehr modern strike online habt dann lasst es mich sehr gerne wissen schreibt es mir gerne in die kommentare lasst ein like da und falls noch nicht getan hat abonniert gerne diesen kanal und in diesem sinne sage ich vielen dank fürs zusehen habt noch einen angenehmen mittag morgen abend was auch immer bei euch ist und hoffentlich bis zum nächsten video haut rein leute ciao 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 ciao